hallo willkommen zu einer weiteren folge animation throwdown mit mir dem herrn gleich so es ist mal wieder daily shop news time und ja wir gucken aber jetzt alle als allererstes mal wieder die kommentare haben wir hier ein kommentar von lukas hübner servus lukas hey ich war früher mal in eurem clan sofort und gleich youtube hieß kartoffelboy 79 kann mich auch an dich erinnern kartoffelboy würde gern wieder eintreten in den clan falls dies möglich wäre heiße jetzt dark for life bin level 13 und suchen einen clan also wenn du level 13 bist würde ich mal sagen gilde 2 ist momentan müssen wir gucken dass du ein plätzchen findest ich schreibe dir dann mal in die kommentare rein wenn ich wenn ich noch mal platz machen also schreibe ich auf jeden fall die kommentare ansonsten nach dem sicher wird bestimmt wieder jemand mitmachen müssen wir mal gucken auf jeden fall cool leute kommen immer wieder gern zu uns zurück so dann schauen wir mal rein die sture katze okay kann ich verstehen und du hast recht also da geht es jetzt darum dass ich gesagt habe soll erst mal also hat auch gefragt ob es in den clan kommen kann ich habe gemeinten musste also schon mal locker also es macht erst in gilde 2 macht zuerst ab 20 30 legees sind die mit 20 legees haben schon probleme und gilde 1 solltest du schon richtung 80 legees haben ansonsten wird das echt schwierig geht zwar aber schwierig so da hätten wir der deltron hd wieso hast du deine mythischen karten nicht so hohes level kosten die so viel gigawatts oder hat das einen anderen grund ja du brauchst eben um die aufleveln zu können brauchst du eben die karte noch mal du kriegst also jetzt sage ich mal ich habe oder du musst im swall club musste extra noch mal solche teile für bekommen also ich habe jetzt beispielsweise die die lila ja damals als mythic aus dem super epic pack gezogen und dann habe ich noch mal eine lila aus dem super epic pack gezogen deswegen ist die jetzt halt auf einem höheren level also kriegst du nicht zwei lilas sondern deine lila wird dadurch aufgelevelt ansonsten kannst du die nicht auflernen geht nicht so gibt es keine möglichkeit nur rein über die weder dass du die karte nochmals hießt oder eben über ins wohl klappt oder so dass du da neue fragmente dafür bekommst ja für den also wenn ihr reingehst mama hat mal ins deck da unten und dann das gut ist jetzt das gilt zwei glaube ich hier den bob dann habe ich also ich bräuchte für den zum beispiel noch mal 15 und dann wäre könnte stehen hier auf level 2 hoch bekommen aber so bedeutet zum beispiel wenn der bob irgendwann mal machen wir es mal so wir machen es mal anders wir haben ja jetzt hier unten aktuell im shop zum beispiel den seudberg und wenn du diese box hier kaufst habe ich jetzt zum beispiel 150 seudberg fragmente aus dem school club bekommen und habe dann noch mal zweimal die box hier aufgemacht kannst du rechnen im schnitt 15 stück und dadurch bin ich auf 180 jetzt ja anders da kriegst du die dinge ja nicht zusammen so und dann wurde eben noch mal ganz wohl klappt und jetzt geht es hier ins deck rein sagenhaft objekt jetzt müsste ich zum beispiel irgendwann mal so eine box da wäre müsste ich die aufmachen für 500 jams und dann für 500 jams hätte ich dann hier ja hijack einmal mehr gut da waren 17 11 46 18 also wenn du da jetzt einfach drauf drückst siehst du aufwerten not in a fragments to upgrade discard also es ist nicht so dass du jetzt für 1000 coins die upgraden kannst sondern du brauchst eben tatsächlich fragmente um die karte aufzuleveln da geht es natürlich also wenn das eine hätte es wäre natürlich abartig wenn ich das anguckt bis hierhin geht es 21 60 die tut dann schon echt weh so läuft das also jetzt hier zum beispiel beim seudberg da sieht man 180 von 250 um die überhaupt einmal herstellen zu können bräuchte ich jetzt noch 70 stück kriege ich auch immer zusammen so also ich hoffe ich konnte die die frage einigermaßen klären so jetzt geht's los mit unserem denn ich hab nur gibt es ein quagmire oh my god quagmire fragt fragments aber das ding lohnt sich halt nicht wirklich also diese box ist eine katastrophe sondern gucken wir hier rein in den shop hier haben wir nach wie vor wie gesagt den seudberg kleptobänder baked evil monkey chinchilla addict wayne und henkel dann haben wir die hype no toad box ach so irgendwas habe ich übersehen irgendein kommentar habe ich glaube ich übersehen außerdem ist das dann noch drin das wird immer noch angezeigt moment genau so viel anschein ich wusste ich habe einen kommentar übersehen grad als ich die boxen sehen habe ich bin maxi max soll ich lieber hype no toad box oder half dog box öffnen beides lohnt sich für mich nicht wirklich glaube ich warte noch also dauert jetzt nicht mehr lange und dann ist addicted schon wieder vorbei das problem ist aktuell ich meine klar die addicted combos sind geil aber da brauchst du schon ja also es lohnt sich eigentlich immer nur dann wenn du schon irgendwas davon hast nur dass sie vielleicht dann füllen kannst du das oder wenn du unbedingt an irgendwas interessiert ist ich finde die addicted karten sind schon geil prinzipiell lohnt sich für mich beispielsweise die half dog box mehr weil der henkel ist brutal ist ein brutaler charakter eugene welcher ist mega stark beides sehr starke charaktere buch der zaubersprüche doink jimmy junior horse costume und halber hund jean gut halber und jean ist eine pre-combo das sind schon karten die von also die meisten von uns haben davon schon irgendwas ich könnte jetzt mal ganz kurz bei mir reinschauen die kostüme rein kostüme und legy dann gucken wir mal hier habe ich zum beispiel für mich das buch der zauber sprüche ja wow könnte ich das ding quad fusing beispielsweise das würde sich halt mega für mich lohnen dann hätte ich den eugene belcher henkel habe ich schon quad fused ja eugene belcher eugene belcher wenn ich den zum beispiel auch noch mal bekommen würde ja dann könnte ich den auch quad fusing also bedeutet für mich wenn ich jetzt die 800 james hätte da gibt es überhaupt keine frage was ich da den die diese box müsste müsste ich mir kaufen und müsste unbedingt aufmachen ja weil das ding ist geil also für mich ist die geil ich habe zwei möglichkeiten da jetzt hier in der half dog box quasi mit buch der zaubersprüche und eugene belcher eine quad fused karte hinzubekommen karten eugene belcher hätte ich gerne quad fused deswegen schon nahe ist schade dass ich die 800 mehr so dann gehen wir mal jetzt jetzt ist es soweit jetzt ist soweit jetzt haltet euch fest jetzt kommt die combo die combo mastery des todes nein das wollte ich doch gar nicht ich wollte gar keine ich wollte auch gar kein jetzt kommt die kombi ja auch der kombi kombo so jetzt jetzt knallt gewaltig also wir haben zum einen den abc quack wobei die combo geht ja noch aber kostet 500 und rein theoretisch in der music version jetzt ist ja momentan als music da sieht die schon nicht schlecht aus 25 von 74 16 fach hijack 26 und die 28 kribbel ist das 17 der bombe schon mega ja nicht schlecht leute das ding aber macht halt echt nur sinn wenn du tatsächlich einen quackmeyer hast und die leute die den haben das sind wahrscheinlich auch wales oder pay to win spieler also die ballern kohle ins spiel rein dann würde ich mir wahrscheinlich auch die combo mastery können ja so dann gucken wir mal weiter jetzt kommen sie die fanatik die fanatik peggie ja toll so die fanatik peggie mit kuga football team und mit touchdown dance jawoll und das ist mal wieder eine combo die schlechter ist als die ausgangskarte gucke ich mir die mythic peggie an da denke ich mir was ist jetzt hier davor hat sie noch 11 revanche siebenfach heal all ist ja nicht so viel siebenfach heal all und hat ja jede karte 13 fach gas und dann auf einmal wo sie sind dann noch da nicht mehr viel also die combo schrott absolute schrott dafür 500 jams geil so und jetzt kommende nächste ober brille des tages jetzt gibt schon situationen wo man den mal spielen kann also gerade wenn der rechte aber es ist sorry aber es gibt also wenn ich mir überlegt welche geilen kombos ist mit frei gibt dann brauche ich nicht unbedingt den captain yesterday das ist der letzte rotz also nur weil eine bombe nach rechts und links hat das hat das haben viele andere karten mit anderen sachen noch gemischt ja schlecht dafür gebe ich keine tausend steine aus schlecht so und jetzt jetzt schnallt euch an denn jetzt geht sie los die heiße lucia man es kommt die geilste combo des tages espressotina die espressotina gibt es in einer ausführung und zwar eben mit es bei so solltet ihr diese combo noch nie gesehen haben dann schämt euch ihr seid nämlich dann mit keine ahnung millionen anderen spielern zusammen die die auch noch nie gesehen haben ja tina und es presso das ist die einzige kombomöglichkeit die es da gibt und dann kommt tatsächlich die espressotina war aus geil ist geil super wer braucht das also ich hoffe jetzt dass irgendwann bald mal wieder irgendwie eine coole combo reinkommt es ist schon echt traurig was so die letzten tage da drin waren also außer für pay to win spieler war jetzt für uns normalos nicht mehr wirklich was mit am start wenn es euch gefallen hat dann lasst doch mal einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal falls es noch nicht getan haben solltet und schadet das nächste mal wieder einmal das animation slowdown mit mir immer gleich macht's gut bis dann und tschüss